Woche 22 Warten Selbst so etwas Alltägliches wie das Warten kann zu einer spirituellen Haltung werden. Das deutsche Wort Warten meint eigentlich auf der Warte wohnen. Warte ist der Ort der Ausschau, der Wachturm als der Ort erhöhter Wachsamkeit. Warten meint Ausschau zu halten, Ausschau zu halten, ob jemand kommt, letztlich aber Krishna erwarten. Warten kann aber auch heißen, auf etwas Acht haben, etwas pflegen, so wie ein Wärter. Warten bewirkt beides in uns, die Weitung des Blickes und die Achtsamkeit auf den Augenblick, auf das, was wir gerade erleben, die Feinfühligkeit, dass die Begegnung Krishnas nicht fernes ist. Warten erzeugt in uns eine Spannung, da wir die eigene Unvollständigkeit sehr existenziell erleben. Im Warten strecken wir uns aus nach dem, der unser Herz berührt, der es höher schlagen lässt, der unsere Sehnsucht zu erfüllen vermag. Das Warten haben viele verlernt. Man isst Nahrung, ohne zu warten, bis sie dargebracht wurde. Wir erfahren Ungeduld beim Anstehen und wollen die Dinge schnell erledigen. Darin liegt das Unvermögen zur Ruhe. Wer nicht warten kann, entwickelt kein starkes Selbst, da er jedes Bedürfnis sofort befriedigt haben muss. Aber genau in dem wird er abhängig von den Bedürfnissen. Warten macht innerlich frei. Krishna erklärt in der Gita 18.37-38, dass das, was nach sofortiger Erledigung schreit, nur Leid schenkt. Was zu Beginn wie Gift erscheint, doch am Ende wie der Nektar der Unsterblichkeit ist, das ist ein Glück, welches aus Saatwa entspringt. Es entsteht aus der Klarheit des Geistes. Jenes Glück, welches aus der Verbindung der Sinne mit den Sinnesobjekten entsteht und zu Beginn dem Nektar der Unsterblichkeit gleicht, doch am Ende wie Gift wirkt, ist von der Rajas geprägt. Der Drang nach sofortiger Befriedigung bringt immer Leid. Er hat aber die einzigartige Eigenschaft, dass man denkt, er offeriere einem sofortiges Glück. Sobald der Langzeiteffekt kommt, verdampft das erhoffte Glück. Und als ob das noch nicht schlimm genug wäre, Leid folgt. Erst ist man enttäuscht und dann folgt auch noch der Zorn. Maya ist aber so genial, dass man die Handlung gar nie mit ihren bitteren Früchten in Verbindung bringt. Und so einfach weiter leidet. Die Eigenschaft des Wartens, das heißt des nicht sofortigen Reagierenmüssens auf Umstände, erlaubt einem erst eine Analyse der Umstände. Im Warten erzeugt man einen Abstand zwischen Reiz und Aktion. Dieser ermöglicht einem Zeit für Gedanken, Zeit an das zu denken, was einen auf lange Sicht zufriedenstellt. Dieses Warten weitet das Herz und enthebt das Leben aus der Banalität des reaktiven Lebens. Wenn man auf das Gleiche geheimnisvoll wartet, erkennt man, man ist mehr als das, was man sich selber beschaffen und besorgen kann. Warten zeigt, dass das Eigentliche einem geschenkt werden muss. Es erzeugt im Menschen eine gesunde Spannung. Denn wer wartet, schlägt nicht einfach seine Zeit vor Langeweile tot, sondern ist auf ein Ziel hin ausgerichtet. Wer nicht warten kann, wird jedes Bedürfnis sofort befriedigen wollen. Aber dann wird er völlig abhängig vom Bedürfnis. Warten macht einen innerlich frei. Die Spannung des Wartens auszuhalten, weitet das Herz. Und es schenkt einem das Gefühl, dass das Leben nicht so banal verläuft. Man ist als Seele mehr als das, was man sich selber arrangieren kann. Die Haltung des Wartens zeigt auf, dass einem das wirklich Kostbare gegeben wird und dass die Seele ständig die Beschenkte ist.